so fließender Wechsel wir haben eine Schindernuniform angezogen und müssen den Präsidenten jetzt gepräschen und müssen hier die Parade laufen Schauen wir mal, wir müssen dann irgendwie am Schluss uns einen Marsch machen, also einen Begrüßungs-Salut Okay, auf geht's Wer nicht? Oh, eine Riesenkanone Und so haben die hier so eine Riesenkanone, das macht mich ernst Los, ich will salutieren Oh nein, niemand da Wir sind zu spät Zu spät? Kürzung Gute Idee Ich laufe auf jeden Fall schon nach Kobens Ich will da noch reingehen Ach, nee, geht Ich will da rein Ach, komm Okay, Chef So Jetzt nehmen wir eine Abkürzungsfrage Einschaltquoten 26%, vielleicht die einfach mal hinten an Ich weiss immer nie welcher ich bin Hä? 29% Einschaltquoten Das wird immer schlecht Das sind wir schütteln, ich Einschaltquoten 200% Das wird immer schlecht Was zum Henke hat dieser Soldat eingestellt? Sind die Quoten gestiegen? Naja, es geht so Hm Du solltest dem Soldaten was schicken Sechsmal dran gehalten Okay Ja, ich glaube, wenn man es etwas besser gemacht hätte, hätte man was Besseres gekriegt Gut, wir haben es geschafft Was ist dein Rufus? Antreten und Mund halten Oh je, wie geht das jetzt? Ist noch in Wartung Ich dürfte drei Tagen bereitstehen Ha 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 Mit diesem lächerlichen Pferdelachen Ha 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 Und das Schiff Ja so, ihr lasst ja da jetzt Okay, dann Zollatieren wir mal Aua, was soll das? Ha 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 Du tust mir da, ey Einmal im schwarzen Umhang Ja, es ist Zephyrot Er ist vor zwei oder drei Tagen aufgetaut und tötete eigentlich unser Soldaten Danach ist er sofort verschwunden Es gehen Gerüchte darum, dass es Zephyrot kam Achtung, wegtreten Ja, das ist ein Schiff Ja, das ist ein Schiff Wieso, was soll das denn sein? Ja, da ist ein Schiff Ja, da ist ein Schiff Ja, da ist ein Schiff Das ist ein Schiff Menü, Wechseln, OK oder Akku? Ok, jetzt lassen wir's durch. Okay, ich hab's kapiert. Ich darf entscheiden, ok, ich zeig die beste Pose mit einem Schwerf. Das ist fantastisch! Oh, wir treffen uns dann doch, wegtreten. Ok, jetzt kann ich noch ein bisschen die Stadt gründen. Oh, da ist einer von den Turks. Ich hab' mir gesagt, was der mir so erzählt. Ja, ich durfte mich ja nicht erkennen. Was bleibt hier? Kann man hier ansprechen. Hm? Vergiss die Arbeit, komm hier rein. Was geht hier so? Willkommen! Oh, Analyse! Ok, Versiegelung. Ok. Behandlung. Was ist Behandlung? Kauf mal alles. Wiedergeben. Kauf mal. So. Was ist die Kaufe? Was gibt's hier? Was gibt's hier? Ja, was ist ein Kaufe. Kann ich auch wieder? Ja, ich brauch' ich nichts. Und? Wow. Ben hat mich geweckt. Ich bin ein Scherz. Ein besseres hier rein. Was gibt's da schon? Also, Experte, halte uns einen Vortrag über Limittechniken. Ja, das weißt du alles schon. Wie wird gespeichert, hör mir auf ey, weiß schon alles, ich glaube nicht, aber ich tue halt mal nicht. Das war jetzt irgendwie ein Arsch. Außer Runde gab es ja nichts. Was gibt's da oben? Ein Mini-Zing-Soldat. Ein von 35 Soldaten. Glückskapsel. Oh, da gibt's halt Fliegeltäle. Kraftkapsel. Okay, dann können wir jetzt gleich mal weiter. Also, die sind ja ziemlich chillig, muss ich sagen. Was ist denn der Hafen? Da oben? Ich lauf mir einfach mal. Okay, jetzt bin ich richtig... Glaublich. Gibt's denn noch was Tolles? Oh, da sind die Torx. Der Wichser. Dum 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 dum. Hält dich da raus. Ja, die baue ich oder was? Das ist halt andere. Endlich ein Speicherpunkt. Kann man auch schlafen, ich weiß nicht warum. Du, endlich Speichern. Neuneinhalb Stunden, dann weiß schon. Was geht's hier? Bitte drückt mir an. Willkommen. Bitte zur Zwiegeln. Da raubt du mich jetzt aus, oder? Oh, hier gibt's Erde. Gift ist glaube ich Bio. Ja, manchmal brauchen wir auch Erde. Was ist denn dann? Tja, ich brauche ja keine Kohlen mehr. Schau mal jetzt. Noch nicht. Irgendwann war es wahrscheinlich bestimmt. Und dann hab ich's nicht, aber okay. Und keine Kohlen mehr. So viel Le... Äh, so viele Sachen. Ah. Speed Kapsel. Super. Das kann man nachher alles einsetzen. Alles schön auf die Cloud drauf hauen. Muss seine Werte steigen. Oh, das ist wieder ein Soldat. Hm. Ist doch ein Fußsternhotel. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Ja. Nur 1000. Ja. Ja. Hab ich schon. Oh, jetzt. Wow. So. Sau geil, du. Ich kann wieder was hier ausbrechen. Schiefer. So. Das kann nicht abgehen. So ein großer Raum für so einen kleinen Laden. Gut, dann bringen wir das hier mal zu Ende, glaube ich. Das wird eigentlich mal auf das Schiff kommen. Das muss man ja salutieren. Das muss man ja salutieren. Oh, oh. Also dein Ruf ist jetzt eigentlich noch. Scheiße, warum war das immer? So, wie soll ich das so schnell machen? Oh, Scheiße. Menü. Ok Ach scheiße Spezial Der Rufus Launeanzeige 80 Ok Mir schläft schon der linke Arm ein Sehr unterhaltsam Macht weiter so Ach da hinten ist ja der Red Der ist schon im Frachtraum Nehmt eine Prämie für euch Ein Zeichen der Güte des Präsidenten Oh Materia extra HP Sehr geil Wenn er es bekannt wird dass der Gerotieres werden Cloud und seine Freunde auch bald aufkreuzen Ich bin schon da Jetzt haben wir sie Wenn wir sie finden Sie dürfen uns nicht in die Quere kommen Überlassen sie mir so Ha 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 Ich weiß noch was ich bekommen hätte wenn ich es nicht perfekt gemacht hätte Okay wegtreten Ich würde gerne Wie geht das Wie geht das Okay Und ich bin dabei Wie er Seeweg jetzt zu einem anderen Kontinenten Ein Geld in Shinra uniform Auf geht's Wie geht das Wie geht das Wie geht das Wie geht das Ja alle Super Klasse Ich arbeite schon verdammt hart So und noch was ETHER Schwiebares Geld Jetzt muss ich meine Kameraden finden. Wer bist du? Ah, Iris ist das. Wer ist das? Ne, mach dir an die Arbeit. Was soll ich denn arbeiten? Das Deck schrubben? So, wer ist denn das? Das ist glaube ich tiefer. Aber weißt du, ich hasse diese Uniform. Uniform, Soldaten, Krieg, ich hasse das alles. Wir haben dieses hier nur alle drauf geschafft. Wer mag das da oben wohl sein? Wer ist das? Okay, das ist der Red. Der läuft so ein bisschen komisch. Ich bin's! Red 13! Ich bin's! Okay, ähm. Ah. Ja, dann sparen wir einmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir Costa del Sol erreichen. Vielleicht finden wir da auch Seville Road, wer weiß, keine Ahnung, also bis zum nächsten Mal, tschüss.